Jo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Reaktion auf Entertainment. Es geht wieder weiter. Die letzte Single, beziehungsweise eine neue Single kam raus von Ente und zwar Hinterhof. Das kam jetzt schon vor über einer Woche, ich nehme das hier am 23. auf. Kam am 15. Da kam ganz viel krasse Musik, deswegen habe ich es leider bis jetzt ein bisschen vercheckt, das abzuchecken. Aber natürlich muss ich das machen und das will ich auch. Es gibt übrigens noch einen noch viel älteren Song von Herr Kuchen mit Ente, also auf dem Herr Kuchen Tape, wo Ente als Feature drauf ist, belgische Teile. Das wird auch noch kommen, wenn ich daran denke. Das geht von der, ey, das ist eine Sekunde kürzer als der letzte Song und genauso lang wie hydraulisches Werkzeug. 3 Minuten 3, eine neue Single und vom Album Ära. Das sollte ja ursprünglich am 1.3. kommen, so hieß es ja. Wir haben Intro und Was gestern war abgecheckt. Was gestern war, fand ich gar nicht so krass. Müsst ihr mal sehen, meine Reaction. Habe ich jetzt auch tatsächlich nicht mehr gehört. Wird sich aber, denke ich, trotzdem einreihen in einen... Ja, es gibt keine Ente-Song, den ich skippe oder so. Aber auf jeden Fall habe ich mir jetzt das Interview auch bei TV Straßensound angeschaut. Das war sehr, sehr interessant. Sehr sympathisch. Da geht mal in Wecker. Kara ist übrigens auch da. Also auf jeden Fall, das Album wird kein Diepen-Songs, nur brutal in die Fresse. Und ein richtig hartes Straßengangster-Metzel-Album. Und genau das ist ja das, was ich eigentlich will. Also ich liebe die Diepen-Songs. Ich liebe es brutal. Aber, ähm, ja. Ein Album nur, nur Gemetzel finde ich halt auch geil. Und er hat ja auch gesagt im Interview, dass er noch ganz viel parallel gemacht hat. Er war ja lange von der Bildschirmfläche weg. Ah, da kam ein Video von mir. Schön. Auf jeden Fall ist auch, führt danach noch sehr, sehr viel... Ist sehr viel... Steht noch an, ja, in Sachen Releases. So. Hinterhof. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird etwas spannender, als was gestern war. Das war mir halt einfach zu viel Straße, zu viel Gangster-Zeug, was ich halt wirklich... Wo ich mich nicht so... Wo ich nicht relaten kann. Natürlich, logisch. Ich kann auch nicht mit Gemetzel relaten, aber... Da bin ich halt irgendwie ganz weit weg von diesem Lifestyle und von Bremerhaven. Und auch der Beat, den fand ich nicht so krass. Und es war ein total solider Song, aber jetzt kein, boah, absoluter Brecher so. Ja. Und jetzt Hinterhof, wieder von Espy und Schenko, wahrscheinlich das ganze Album produziert. Ähm, das Album weiß ich jetzt nicht. Es gibt, glaube ich, auf der Seite steht nur, äh, Veröffentlichungsdatum April. Also kein genaues Datum. Aber es dürfte wirklich nicht mehr lang sein. Hoffe ich mal. Hier, April 2024. Wir wissen es nicht. Wir haben noch keinen Tracklist, noch nichts. Äh, Box habe ich direkt am Anfang bestellt. Äh, mit der EP auch. Natürlich werden wir aufs Album reagieren, alter Schwede. Ich habe auf Stanley ja komplett reagiert. Und ja, schau mal, Shoutouts an Ente, falls ihr das sieht. Hier, ähm, genau. Hinterhof. Wir fangen jetzt einfach an. Let's go. Ich habe hier den schwarz-weißen, äh, Beast Boy Hoodie. Ziemlich nice. Kam heute an. Okay. Ich habe, ich habe mega Bock. Das könnte jetzt, das, okay, okay. Ihr wisst, ich mache nur Reactions aktuell auf Sachen, wo ich wirklich absolut 100% Bock habe. Okay. Ich liebe diese Jacke von ihm. Ich liebe diese, diese typische lila Jacke. Das ist bei ihm schon wie so ein Markenzeichen. Die trägt er in fast allen Musikvideos, in allen Auftritten. Bei Kanda Science zum Beispiel auch, legendär. Okay. Oh. Okay. Gesprochen mit sehr starker Distortion. What? Ah. Schüsse fliegen auf dem Hinterhof. Sie flüstern, sobald sie mich sehen. Okay, es fängt erstmal wieder so an. Auch der Titel. Ja, sehr viel Straßengelaber. Mal gucken. Oh. Okay, okay. Oh, der Beat könnte aber geil werden, so wie das hier anfängt. Und alter, was für ein geiler Effekt hier. War das, äh, das Koala, glaube ich. Ja. Okay. Ich bring die Szene Zimmer, schau'n an, wie das S-Remake. Wow, 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 wow. Was ist mit dem Beat los? Was ist mit dem Beat los? Alter. Was? Ich bring die Szene Zimmer, schau'n an, wie das S-Remake. Und bin ein stattbekanter Outlaw wie Jesse James. Oh, das fängt, oh, das fängt, das fängt so Oldschool-Entimäßig an. Oh. Holy shit. Boah, das gefällt mir. Und der Beat. Der Beat. Was ist das denn? Geile Melodie, geile, geile Sounds im Beat. Okay. Irgendeine Filmzeile, die ich direkt wieder nicht verstehe. Ich bring die Szene zum Erschau'n an, wie das S-Remake. Ist da jetzt ein größeres Wortspiel? Oder geht's einfach nur darum, Erschau'n an, wegen Horrorfilmen? Erschau'n an. Ich bring die Szene zum Erschau'n an, wie das S-Remake. Weil so eine Einstiegzeile, die könnte bei Ente schon immer eine bewusst krasse Zeile sein. Mal sehen. Ich bin ein stadtbekannter Outlaw wie Jesse James. Ein stadtbekannter Outlaw wie Jesse James. Da geht's direkt gut los. Jesse James ist das hier. War ein US-amerikanischer Bandit. Das bekannteste Mitglied der James-Younger-Bande. Outlaw. Was heißt Outlaw nochmal? Heißt das Bandit, glaube ich, oder? Einfach. Echten? Hier, Bandit, ja. Okay, okay. Ja, das ist, glaube ich, einfach nur so ein Vergleich halt. Jawoll. Alter, was ist das für Effekte im Video? Krass. Ich bin der Teufel in Menschengestalt. Und deine Bitch findet sich wieder an den Fängen der Gewalt. Sie wollen an Ente vorbei. Das, oh, diese Tonlage, dieses, äh, Gewollt. Vorbei, oder was soll ich sagen. Ich bin der Teufel in Menschengestalt. Und deine Bitch findet sich wieder an den Fängen der Gewalt. Sie wollen an Ente vorbei. Doch, genau. Äh, in den Fängen der Gewalt. Sie wollen an Ente vorbei. Oh, das erinnert mich an, oh. Pflock? Ich glaube an Pflock. Oder auf irgendwas von, von, äh, ZPUF1. Das ist halt jetzt, das ist halt jetzt so, nicht diese aggressive, übelst schreiende, krechzende, sondern relativ laid back und, ähm, äh, lockerer. Das ist geil. Ja, Mann. Okay, okay, geil. Okay. Sie bleiben hinter der Ente. Da die Ente da Forrest wie ein englischer Wald. Hat er das wirklich gesagt? Oh, das ist cool, das ist cool. Weil das ist eine ganz eindeutige Hommage, äh, das ist eine typische Entezeile, weil im JBB schon, äh, gab es so viele mit diesem englische. Oder, oder auf jeder Gottes. Ich sorg für Gewitter wie, äh, ich sorg für Schauer wie Gewitter oder englische Duschen. Oder sind deine Haare red wie der englische Ratte. Oder, ähm, also, äh, ich glaube bei Lizenzen des Killers war auch irgendwas mit Englisch. Auf jeden Fall, äh, halt, ähm, englische Worte, die aber halt, also mit dem deutschen Split. Da Forrest, da ist das Wort Forrest drin, also Wald. Das ist lustig. Okay. Ich fülle deinen Lipton-Eistie mit Pisse, deine Sippe... Meinen Lipton-Eistie? Alter, ich hab hier einen Lipton-Eistie. Ich fülle deinen Lipton-Eistie mit Pisse, deine Sippe wird vernichtet, da ich Spritze bleib wie Gipfel. Oh, ja, das ist, oh, Mann. Ich fülle deinen Lipton-Eistie mit Pisse, deine Sippe wird vernichtet, da ich Spritze bleib wie Gipfel. Das ist geil. Ist das sogar von der Delivery, von der Delivery, vom Flow und von den Reimen einfach nur genial. Ich fülle deinen Lipton-Eistie mit Pisse, deine Sippe wird vernichtet, da ich Spritze bleib wie Gipfel. Alter. Ich fülle deine Lipton-Eistie mit Pisse. Warte, nochmal. Deine Sippe wird vernichtet, da ich Spritze bin wie Gipfel. Da ich Spritze bleib wie Gipfel. Da ich Spritze bleib wie Gipfel. Cool, sehr, sehr coole Kette. Oh, was hab ich gemacht? Oh, was für ein geiler, geile Transition hier vom Beat. Oh, auch geil. Ich liebe es auch. Das ist genau die gleiche Anrede. Jayjiggy sagt das auch immer. Ich liebe es, wenn Worte auf irgendwas gereimt werden, so geil. Ich löse jeden Konflikt wie John Wick. John Wick, Alter, ich kenn mich null aus im Film. Ist wahrscheinlich irgendein Superheld oder ein Agent oder sowas. Neo-Noah-Action-Spielfilm. Ah, der. Ja, der hat man schon mal gesehen. Ist der gespielt von Keanu Reeves, oder? Ja. Ja. Ja, hab ich aber nicht gesehen tatsächlich. Okay. Ich bin top wie die Taste über Caps Lock. Top. Caps Lock heißt auch dieses, dass man das angestellt hat. Äh, dass man nur groß schreibt, ne? Caps Lock. Ich bin top wie die Taste über... Aber die Taste über Caps Lock ist doch Tab. Also Tabulator. Aber er ist halt der Top. Ich bin top. Heißt das auf Englisch? Ne, auf Englisch heißt das auch Tab. Okay, keine Ahnung. Erklärt's mir. Vielleicht bin ich doof. Ich weiß nicht. Aber auch wieder geile, geile Reime, ne? Zermatscht mit einem Headshot. Taste über Caps Lock. Falls dein Hirn wird hier zermatscht mit einem Headshot. Denn ich bin top wie die Taste über Caps Lock. Sie feiern mich, finden die Storys so wild. Und ich komm mit neun an wie die Gangs im Warriors Film. Ja, wieder die ganzen Filmlines. Es tut mir ja leid. Ich kann da nichts dazu sagen halt. Bestimmt geil. Und ich komm mit neun an wie die Gangs im Warriors Film. Aber die Stimme ist sehr schön, sehr klar gemixt. Der Beat hat jetzt hier eine kleine Pause. Der Beat gefällt mir sehr gut. Ist aber echt ein relativ ruhiger Film, muss ich sagen. Aber echt angenehm. Auch jetzt nicht zu viele Straßenzeilen. Ein bisschen Gemetzelgelaber. Aber auf entspannt ist es in Ordnung. Keiner hier ist wie wir. Und ich komm durchs Unterschreiben hoch. Representer natürlich. Durchs Unterschreiben hoch. Keiner hier ist wie wir. Und ich komm durchs Unterschreiben hoch wie Schreibmaschinenpapier. Ich komm durchs Runterschreiben hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die könnte krass sein. Keiner hier ist wie wir. Und ich komm durchs Unterschreiben hoch wie Schreibmaschinenpapier. Okay, okay, okay. Ich komm durchs Runterschreiben hoch wie Schreibmaschinenpapier. Wie meint ihr das? Also durchs Runterschreiben der Texte kommt er hoch, also Erfolg. Und durchs Runterschreiben auf ein Blatt Papier kommt es hoch. Aber Schreibmaschinenpapier kommt doch nicht hoch. Beziehungsweise, es kommt ja aus der Maschine raus, wenn man es druckt. Schreibmaschinenpapier. Oder warte mal, warte mal, jetzt labere ich denn. Ach, Schreibmaschinen, ich vollidiot. Was für Drucker, der meint doch gar keinen Drucker. Schreibmaschine, das ist dieses, ja genau, dieses Oldschool-Ding. Wie so ein, nicht Fax geht, aber wie so ein Ding. Und dann kommt hier dieses Papier oben raus. Jetzt, ich komme durchs Runterschreiben. Ah ja, ja klar. Er schreit nur währenddessen kommt das Papier oben hoch raus. Geile Zeile. Beste Zeile bisher. Finde ich echt dope. Also, die ist nicht schlecht. Nice. Und ich komme durchs Runterschreiben hoch wie Schreibmaschinenpapier. Finde ich gut. Das ist stark. Okay, jetzt kommt die Hook. Bin gespannt. Und ich komme durchs Runterschreiben hoch wie Schreibmaschinenpapier. Schlender durch die Trümmer deiner Stadt. Du besprisst mit Kippe hinterm Ohr. Nie wieder Kapseln schlurken, die wieder fliehen von den Fahndern. Ich liebe das Drama. Oh, geile Hook. Oh, geile Hook. Oh, feier ich. Das ist so ein typischer Ente-Hook wieder. Man fühlt sich einfach wohl. Man kennt es einfach. Die Hookball, was gestern war, war ja doch durchaus keine normale Ente-Hook. Das ist jetzt wieder so einfach dieses typische... Schreibmaschinenpapier. Schlender durch die Trümmer deiner Stadt. Das ist am Anfang sogar fast ein bisschen gesungen. Du besprisst mit Kippe hinterm Ohr. Nie wieder Kapseln schlurken, die wieder fliehen von den Fahndern. Schiebe Paranoia. Doch ich liebe das Drama. Schlender... Schiebe Paranoia mit der Wumme auf der... Nee, warte mal. Schiebe Paranoia mit der... Ach, scheiße. Der Wumme auf der... Ach, ich vergesse es, Alter. Blut bespritzt mit einer Kippe hinterm Ohr. Na klar. Da Kapseln schlurken, die wieder fliehen von den Fahndern. Finde ich auch geilen Video-Effekt. Also ich mag dieses Video. Das ist nicht auf ultra high budget gemacht, aber ich finde das nice kleine so Effekte. Das weiß. Doch ich liebe das Drama. Schüsse fehlen auf dem Hinterhof. Wow. Sie flüstern, soweit sie mich sehen. Ja, moin. Okay, ja, moin. Ja, moin. Was geht denn ab? Alter, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Das ist auch... Das hört man auch nicht oft bei Ente. Der Beat wurde hier ge... Ähm... Verlangsamt. Ähm... Weiß ich nicht, wie stark, aber... Und dann kommt dieses... Dieses gesprochene Intro quasi. Als... Ja, Post-Hook oder so. Ich liebe das Drama. Und das kommt hier nach diesem Drama. Kommt das sehr episch. Ich liebe das Drama. Schüsse fehlen auf dem Hinterhof. Sie flüstern, soweit sie mich sehen. Auch mit dem Bass. Doch stehen sie vor mir, schweig sie. Du darfst keinem was erzählen. Das ist geil. Für die Texte kriege ich lebenslang Gefängnis. Die Presse bezeichnet TF schon als Husband. Wie ein Ehemann auf Englisch. Husband... Oh, oh, no, 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 no. Okay, okay, okay. Ich glaube, der zweite Part wird brutal. Alter, geile Zeile. Es ist... Es ist wieder mit dem englischen Wort. Beugt sie, du darfst keinem was erzählen Für die Texte kriege ich lebenslang Gefängnis Die Presse bezeichnet TF schon als Hassband Wie ein Ehemann auf Englisch Also ich mein, streng genommen ist TF ja keine Band Weil sie nicht als Gruppe Musik machen gerade Aber Ich feier den den Spit einfach Wie kommt man denn darauf? Texte kriege ich lebenslang Gefängnis Die Presse bezeichnet TF schon als Hassband Wie ein Ehemann auf Englisch TF schon als Hassband Ehemann auf Es ist so geil, es ist so krass Lebenslang Gefängnis Ist der Reim auf Ehemann auf Englisch Lebenslang Gefängnis ist allein schon so krass Das zu reimen Aber der Split auf Hassband finde ich nice Finde ich sehr nice Es ist ein perfekter Split, weil Man sagt auch Man spricht beides genau gleich aus Laut der Presse Ist TF Die Hassband Wie ein englischer Ähm Ehemann Wie ein Ehemann auf Englisch Das ist geil Bezeichnet TF schon als Hassband Wie ein Ehemann auf Englisch Alter Alter TF ist einfach ein Ehemann Dämonen die mich vor dem Tod bewahren Umklammern den Geist wie Protonen strahlen Boah Was sind das für Worte? Dämonen die mich vor dem Tod bewahren Umklammern den Geist wie Protonen strahlen Wie kommt man denn auf sowas? Dämonen die mich vor dem Tod bewahren Umklammern den Geist wie Protonen strahlen Ich komm auf acid und chill Ich komm auf acid und chill Ich komm auf acid und chill Umklammern den Geist wie Protonen strahlen Ich komm auf acid und chill Aufgespießt auf Zehenspitzen Deine Bitch wird aufgespießt auf Zehenspitzen Wie Balletttänzerin Warum sind Balletttänzerinnen denn aufgespießt? Ist aufgespießt kann man Ist das ein mehrdeutiges Wort? Kann man das noch anders? Aufgespießt Definition Gibt es da mehrere Definitionen? Auf etwas Spitzes stecken Und damit auf etwas anderem festmachen Öffentlich anklagen Denunzieren, bloßstellen Oh Das meint er glaube ich Ja ich glaube das meint er Nochmal Deine Bitch wird aufgespießt auf Zehenspitzen Wie Balletttänzerin Ja 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 Die wird auf Also quasi ohne das aufspießen Sie wird Bloßgestellt auf Zehenspitzen Wie Balletttänzerin Ich meine normalerweise Macht man das ja freiwillig Aber Beziehungsweise Oder die Person checkt es gar nicht Dass es so peinlich ist Also ich glaube darum geht es Und deswegen Ich wusste nicht Dass man dazu aufspießen sagt Digga So wie will ich jetzt sagen Kara? Ich spieße dich auf Das heißt bloßstellen Kara Alles gut Okay Oh ja man Geile Formulierung Oh der hat sich richtig Zeit gelassen Bis die Bis der Reim kam Das war super geil geflaut Könnte dubios wirken Keine Hose Doch Munitionsgürtel Immer Mein Outfit könnte dubios wirken Axt und Anglerhut Keine Hose Doch Munitionsgürtel Immer höher Dubios wirken Auf Munitionsgürtel Ist es halt auch Wieder so geil Auf der Treppe des Hose Geniebt von den Fans Von der Presse Verflucht Scheiße Auf Textinterviews Von Backspin und Juicy Rap den News Und den Rest dieser Brut Ja aber tiefer Straßen Sound war nice Interviews von Backspin und Juicy Rap den News Und den Rest dieser Brut Hart Ja das habe ich schon Das habe ich mir schon Jetzt gedacht Dass er das sagt Ja gut das ist jetzt natürlich Keine allzu krasse line Aber vom Reim wieder Fahrstuhlschacht Auf Fahndungsblatt Ist auch wieder sehr gut Oh Gott Oh da ist noch wieder Irgendein ganz Ganz absurdes Bit drin Klerasil So das ist ja So ein Tab oder Für die Spül Ne Waschmaschine Porenreiniger Ach das ist was für die Haut Achso Lol Ah ja für Pickel Okay Nochmal Für den dreckigen Porn Porn Ah ja Porn Porn Oh okay Verstehe wegen Poren Wegen den Pickeln Okay nochmal Aber wenn er es so sagt Für den dreckigen Porn Man sagt ja nicht Einporen Sondern Mehrere Für die dreckigen Porn Würde doch Dann ist das doch Grammatikalisch falsch Oder verstehe ich das jetzt falsch Ich glaube also Die Lyrics müssten ja schon Draußen sein Ich gucke jetzt mal ganz kurz Das interessiert mich jetzt Weil die Zeile Finde ich sehr nice Dreckige Porn quasi Ne Und dreckige Das ist gut Das ist auch wieder Ein englisches Wort Was da im Split ist Ähm Jetzt mal Vom Text Wie das offiziell geschrieben ist Genau das hier Das Husband Ist mega Ist mega Zeile Aber immer noch gut Für den dreckigen Porn Alter was ist denn mit Claire Rasiel Digga Also die Genius Schreiber haben auch irgendwie Ganz starke Probleme Da muss der Nico mal wiederkommen Glaube ich Und aufräumen Mann Aber für Für den Poren Den ist ja kein Oder sagt er nicht Poren Aber bei Poren ist doch Einzahl heißt doch Poren Die Poren Doch Ja ich weiß nicht Vielleicht verstehe ich den Split auch nicht Perfekt Aber ich verstehe wo er hin will Finde ich gut Ja man Ich liebe das Drama Ich liebe das Drama Ja man Ich liebe das Drama Du bespritzt mit Kippe hinterm Ohr Nie wieder Kapseln schlucken Nie wieder fliehen vor den Fahndern Ich liebe das Drama Die Gestik Ach das wieder Das ist sick Das ist sick Das kam im Intro ganz seltsam Aber das also jetzt in der Form Voll nice Im Endeffekt ist das ja auch ein bisschen Teil der Hook glaube ich Weil da geht es ja auch um Hinterhof Okay Starker Cut hier gerade Also schneller Cut Kriegen wir jetzt ein Datum Ich glaube nicht Aber Oh krass Was gestern war der Beat Da steht immer noch Oh oh ja Nein Nein 14. Juni Oh scheiße Oh das ist hart Oh das ist Das ist schon noch lang Drei Monate noch Oh das tut gerade ein bisschen weh Eiei Na gut Dann hoffen wir dass es wenigstens Wirklich dann Kommt Bei Ente war es ja oft so Bei den Alben Dass die dann verschoben wurden Immerhin haben wir jetzt ein Datum Okay Das war es von der Reaktion Hat mir Spaß gemacht Danke fürs Zuschauen Wir sehen uns bald wieder Macht's gut bis dann Und ciao